mal ich will mal was probieren kann es aber mit minimums sonne kohle machen ja ja ein kohle macht aber nur sieben statt achte aber ja ist auf einmal und das ist mir egal ich mache 1 2 3 4 5 6 7 8 6 ja wieso nicht also eben fertig gemacht mit minimums sonne nein nicht ich bringe jetzt so durch okay ich habe überall genug kohle drin ich brenne jetzt auch gerade welche durch aber ich will nicht gerade nachtöfen eisen rein ich mache das einmal mit dem minimums sonne mit ich mal sofort was habe ich schon wieder drei vier fünf sechs sieben acht noch in den neuen locker ich freue das mal durch ich habe da gar kein problem mit wenn das ein bisschen länger dauert ich kann ja nebenbei noch was anderes machen ich weiß nicht was denke ich bin ich gerade auch er macht das mit minimums sonne habe ich jetzt gerade auch gemacht aber batterien kann ich machen kopf haben wir auch alle genug aber gummi haben wir weniger gummi bräuchte ich eigentlich war das denn noch mal ach ja in copper cable und redstone können wir schlafen gehen ja können wir machen das ist super ich liegt drin ja bei mir ist noch ein bisschen dunkel im hause und dann wollen wir uns seiner nähe aber bei mir im haus das was hält du hast ja auch noch kein haus ich habe wieder meinen mein war war das läuft besser war 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 kohle habe ich auch wenn ich schon nach macht das ich kann mir ich kann ja die bäume da hinten noch fällt stimmt ja da war ja was ich habe genügend ächste und ich kann ich das hier nicht anders machen hier ich glaube total ist das gar nicht mehr befehlzins 3 aufzumachen ist nicht teuer genug spitzhacken habe ich auch ganz halt echt habe alles genug das ist nicht so teuer oder geht das schnellen die bäume zu fällen nachher so 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 effizient ist auch ja ich komme auf drei da geht ja kostet 11 guck und gleich gleich gemacht so habe ich noch ein level aber mir egal was er gemacht aber 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 hier ist noch die hälfte dabei drin habe ich denn die ganzen wir sollten echt statt dass ein messer portal hier auch so ein christel parteien setzen direkt zum netzer rein ja weil dann dauert das nicht so lange mit dem laden und ich dachte doch die pixel können wir trotzdem dadurch aber egal obwohl die türen dazu ja ganz viele bäume fällen aber 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 ganz viele bäume fällen du hast auch lange weil hat ich doch beim letzten mal ganz viele gesetzt ich habe ich habe mir nicht noch ein extra mm ja 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 schankt oder gemacht also ja bei mir geht es auch so wir mussten noch mal schankloder hergestellt mir geht es wachsen so ja ja aber das war ja weil keiner drauf und da ich die gepflanzt hatte muss ich mir noch mal machen sondern so weiter weg ist aber ich habe recht gut viele gesetzt dinger gesetzt oder die anderen die anderen also ein bisschen besser wegen ich habe die anrufe ich habe nur die stick hier gehabt so was von allen gar keinen du musst auch welche nehmen die besorgen sind ein bisschen besser wieso sind die bisschen besser weil du für jeden stamm ein christ also für jeden stamm ein bauer ist halt nur durchbrennen musste den anderen ja auch deswegen ja ein bisschen besser und schon aber trotzdem wie liegt auch ein bisschen hier verreckt ach der flash shooter wo ist das denn hinten bei mir nebel ist irgendwie verrückt keine ahnung warum hinten bei denen dann ach wir haben noch ein fight mit johnny gehabt ach so weit hinten bist du verreckt ja wir haben noch weit geschossen werden noch mit den wir haben noch mit dem bogen geschossen zu snipern haben wir gesnippert ok meine mich nicht gold mit also ich kann das verlieren kannst nach passiert schon nicht haben wir irgendwie habe ich gestern aber schnell fertig gemacht so zwei davon bei dem anderen um wahl nichts drauf batterien schaltkreise aber ich hasse es ja an hätte das wieder alles herzustellen batterien schaltkreuze das aber noch mal warte mal du hast du das auf deutsch gestellt oder was nein habe ich nicht wie heißen die noch mal circuits oder ich empfehle ja schon richtig okay was das denn vektor zentralokation karte drauf kriegst zwei zirkel weiß ich noch keine ahnung wie man die herstellen kann geht auch nicht ach ja die kannst du das sind diese karten die von dem nuklearkontroll ist von dem control mod wenn du die wieder zurück kräft ist dann kriegst du die zwei raus hast du die musst du so kräft nein 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 die kräft ist anders die heißen wie heißen die denn location karts oder so einfach nur wenn du karts an die karts nicht die time card ist klar dass man die so herstellt und die text card auch hier heißen die anderen denn kommen wir sehen das jetzt so ein bisschen recht weiß ich nicht heute so weit weg bis hatte ich auch letztes mal gehabt die sensor kits und so war das das sind kids sensor kits und die wieder zurück kräft ist bekommst zwei davon ich glaube weil ich den schank wurde hier so hoch bestätigt habe ich weiß gar nicht wie mein meiner wie auf 5 grad 81 chance bei mir habe ich gerade auch gemacht eigentlich wohl ich stelle immer nur auf 433 reichen eingehen das ist ja nur für die umgebung hier so weit bräuchte gar nicht so wird zum bräuchte aber ich habe das wird storn mit die bezerrke zerstellen kann muss man ganz kurz was gucken über guckte ich aber nicht ich weiß wie wir so dass er gleich hoch wo hab ich close close stone glow glue go close um was du zufällig großen ja ich habe fast 749 stück alles klar denn ich wollte nämlich noch ein auch schon besser das mache ich den erfunden ich habe vom 4 auf 6 prozessoren also die dinger gemacht eingestellt jetzt läuft das schon besser um einiges wir brauchen erstmal paar schaltkreise dauert das ist immer weiß immer diesen anfang der christ immer das lästige zeug hier obwohl aber jetzt wieder runter gegangen weil er letztlich wieder ausgleicht hat das runter geregelt hat wieder und die story flint und kubel stone fliegt und kubel stone die cloud boots sind herrlich ja herrlich 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 so mäster sind wir denn noch wer soll das trotzdem schon besser besser um einiges kompressor ja bei mir bleibt es kontinuierlich bei 60 ist auch ganz okay 60 55 von der gefallen passiert ja nichts ich weiß trotzdem verschreckt man sich so kompressor sieht es eigentlich mit dem uran aus kann ich das jetzt haben eigentlich verdammt und recycler dabei viel an kompressor für ok so so aber gleich schon recycler gleich mit hallo kann schon ein bisschen was wegschmeißen was den ich brauche du hast doch einen schaden ich sehe gerade dass ich hier noch ein bisschen bei ärzte im brunderen hat sich gebrochen kann zum beispiel ganz gold war schweiß rein oh ja genau da war ja was solar ist überall in den wänden noch gold das muss man doch noch mal abbauen anders so recycler habe ich auch ich sehe gar nichts hier und aber hier alles vor der schnee liegt doch schön das ist auch mies das ist ein super gebiet ausgesucht ich weiß ich kann mit der omni-wrench eigentlich auch bettboxen drehen ja sicher ja sicher omni-wrench oder ist die omni-wrench bettboxen drehen wir doch noch ein schein ja da ist ja auch da ist ja zwei die ja so war das ist ja noch nicht spaß haben herstellen zyran blau wäre das geld kostet nichts ich weiß die zürde spaß beim herstellen kriegt er noch mal zu jahr nach so kaktusgrün und blöd was ich lasse natürlich laufen auch meinen einen ofen ich habe auch noch beim schmelzen die sind alle fertig gerade mal alles unterschiedlichen öffnern getasten alles gut habe ich keinen stress ja bergen noch gerade 19 ok ist ja viel zum beispiel 36 oder so ich habe noch nicht wirklich was geerntet gehabt deswegen ja wegen dem bäumen braucht man das was du da hast braucht man da einen normalen ofen für dann braucht man auch ein extraktor dafür sowas dafür dass du da hast nö da kann man offen benutzen da reicht ein normaler ofen naja egal so jetzt bräuchte nur kaktusgrün an farbe aber das nicht dass man ja auch normal bei denen auch normal ja ja klar nur beim extraktor ist das dreifach rausbekommen hast du noch kaktusgrün was ist das kaktusgrün farbe für die ob du bist doch in der wüste ich bin auch zuvor jetzt ein kaktus zu verbrennen habe kein kaktus habe ich doch gerade gesagt was ist das aber 25 meine montage wird zugemüllt okay das habe ich jetzt auch okay zweimal zyran dann passt das schon obwohl das schmeiße ich immer trage wohl 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 14 mal wolle schon wieder dunkel der unglaublich aber ich brauche gar nicht schlafen weil wir zu schaffen das ist nervig drück einmal auf den schalter der um auszumachen machen da klack klack und wieder an klack klack wieder an klack klack wieder an ja mit der um die welt zu drehen super weil ab und zu drücke ich mich doppelt außer dem irgendwie komm das reicht messer wetter und blöcke besser recycler 9 40 läuft du willst mir nicht den uran geben warum nicht ich mach damit nix go up können wir schlafen gehen wieso ich trau mich nicht da draußen obwohl ist ja egal ich habe ein super schwert und 20 käse jetzt dann wollen wir noch so dran und sei es ist so was mir gefällig werden könnte ist ein creeper aber wir sind hier keine man zu nennen aber mir die blumen sind aber auch geil welche die nachts leuchten